So, heute sehen Sie's, das ist das der Mittelklasse. Erster Platz mit den wenigsten Pannen, der Toyota Carina. Klassensieger beim ADAC. Zweiter Platz der Dings. Ja, ließ Sie ein Tuch runter. Ja, da ist doch der Dings drunter. Ach so, ja, der Dings, halt falsch, der ist ja von der Konkurrenz. Nein, da ist man fast lieber, Sie schauen sich nur den Sieger an. Da schauen Sie hin. Der ADAC-Klassensieger Carina. Weniger Pannen, als man zeigen darf. Toyota.